Jo moin Leute, herzlich willkommen zur neuen Formel E Saison 2023 mit den Positions. Die Formel E geht mittlerweile in ihrer neunte Saison. Nächste Saison hat die Formel E Jubiläum und wir tippen jetzt den Hancock Mexico City EP in Mexiko mit dem Qualifying. Los geht's heute um 16 Uhr live auf run.de. Von der Pole startet Maximilian Günther. Herzlichen Glückwunsch in Maserati Racing. Dahinter auf 2 Sascha Fennens traf den Rookie im Nissan Formula E Team. Und 3. und 4. wird Mitch Evans im Jaguar TCS Racing. Und 4. wird André Lotterer im Avalanche Avalanche Andretti FE Team. So das war's vom Qualifying aus Mexiko statt der Formel E Saison 20 23 Predictions. So wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Dämpchen nach oben da. Vergesst kein Abo. Dann nimm uns das Glöckchen. Das nicht vergessen ist auf TV. Da verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Und bis dann. Good Ways. Ciao. 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 Vielen Dank.